Schock für diese Touristen am Strand von Dubai. Plötzlich schwimmt ein riesiger schwarzer Schatten zwischen ihnen hindurch. Eine große Flosse durchbricht die Wasseroberfläche. Ein Hai, nur wenige Meter von verängstigten Touristen entfernt, die im persischen Golf schwimmen. Das Raubtier lauert in Ufernähe, als ein geschockter Rettungsschwimmer die Badegäste schnell auffordert, sofort aus dem Wasser zu kommen. Zwei Personen sind noch im Wasser, wirken hilflos. Der Hai dreht ab, schwimmt auf eine junge Frau zu, schneidet ihr den Weg zurück ab. Sie paddelt nervös davon, bevor der gefährliche Raubfisch abdreht und ihr Platz macht. Die Frau kann so sicher zum Strand zurückschwimmen. Das Video des drohenden Haiangriffs wird am Kite Beach in Dubai gedreht. Einen beliebten Touristen-Hotspot für Wassersportler. Das Video des unheimlichen Vorfalls wird in den sozialen Medien geteilt, wo es bis jetzt mehr als sieben Millionen Mal angesehen worden ist. Zum Glück wird niemand verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.